Der Name TIEBREAKERS ist, ist das richtig, ja? Deswegen bitte die TIEBREAKERS sich vielleicht machen, um auf dem Spiel vielleicht spüßen zu können. Jetzt habe ich so viel von Feuerwehr und Wasser erzählt. Jetzt sehe ich natürlich auch hier. Und zwar, jetzt wüsste ich... Doch, jetzt muss ich lügen. Ich weiß nicht, ob es der Feuerwehr Hauptmann ist, aber am besten sagt er es der Kommandant.